Hallo bei Johandu! Willkommen bei der nächsten Folge von Fast Food in der Küche. Dieses Mal geht es nicht um McDonalds, sondern um KFC. Kentucky Fried Chicken heißt ja frittiertes Hähnchen. Und das alles habe ich hier. Frittiertes Hähnchen. Ich habe die Hot Rigs, die Filet Bites und die großen Filetstücke. Und am Ende noch große Hühnerstücke. Halbe Hähnchen. Und ganz unten sind auch noch Pommes. Ganz, ganz viele Pommes. Aber das längst noch nicht alles. Zum Menü gehört auch noch der Krautsalat. Den habe ich hier. Und Kartoffelpüree. Hier, frisch aus der Pfanne. Und wenn ihr sagt, Johan, es gibt doch gar keine Soße. Nein, da habt ihr euch getäuscht. Denn hier habe ich die Originalsoße für den Kartoffelpüree. Aber es gibt nicht nur Hähnchen, sondern auch Burger. Hier werden die Burger wieder gemacht. Mit allen Soßen. Käse. Und natürlich den Brut. Jetzt kommt auch noch schnell Salat. Und dann kann es auch schon losgehen. Das ist gut. Fertig. Ich meine nicht fettig, sondern fertig. Oh, Hähnchen und Pommes warten. Handschuhe sind ganz, ganz wichtig. Hier in der Corona-Zeit. Oh. Oh. Oh mein Gott, ist das falsch. Gut. Einmal ganz gut abkühlt. So. Fertig ist. Jetzt geht es zum ersten Kunden. Wir haben alles Hunger. Wow. Toller Laden, Johan. Okay. Was wollen sie denn bestellen? Hier ist die Karte. Also hier gibt es einmal die Burger. Gibt es auch einen Cheeseburger? Oh, Elisa. Leider gibt es den Cheeseburger nur bei McDonalds. Aber dafür gibt es hier andere Burger. Möchtest du einen von denen haben? Aber ich möchte keinen Salat. Okay, Elisa. Willst du was haben ohne Salat? Ich habe nämlich etwas. Okay. Willst du Chicken Nuggets haben? Mhm. Okay. Und welche Soße willst du dazu haben? Ketchup. Okay. Kommt sofort. So. Elisa, willst du auch noch Pommes haben? Nein, danke. Okay. Ich hoffe, alle Kunden sind so einfach. Okay, was denn los? Oh, ich glaube, ich sehe es schon wieder. Äh, was meinen Sie? Irgendwoher? Warten Sie mal, ich kenne Sie irgendwoher. Ja, das letzte Mal hatten wir hier einen McDonalds stehen. Aber jetzt haben wir es umgebaut zu einem KFC. Offensichtlich waren Sie nicht so erfolgreich mit McDonalds. Doch, wir waren sehr, sehr erfolgreich, noch erfolgreicher, als Sie es jemals sein werden. Gut, was wollen Sie denn haben? Sie verkaufen noch? Sie verkaufen noch hauptsächlich Hähnchen hier, ne? Ja. Mit viel Fleisch. Ja. Und fleischigen Soßen und so weiter, ne? Nein, wir verkaufen keine fleischigen Soßen. Wir verkaufen vegetarische Soßen. Ihre Burger sind ja auch alle mit saftigem Fleisch. Ja, na klar. Ich hätte gern einen Veggie-Burger. Okay, von mir aus. Sie verkaufen doch gar keine Veggie-Burger. Doch, na klar. Wir verkaufen alles. So. Jetzt kommt da ein bisschen Salat drauf. Pommes. Und jetzt auch noch Mayo. So. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. So. Hier ist Ihr Burger. Zum Hieressen oder zum Mitleben. Erstens ist die Frage, ob das schon alles war. Weil das war noch längst nicht alles. Ich möchte gerne noch diesen Kartoffelbrei, den Sie immer so gerne haben. Okay. Und Salat. Warten Sie doch mal. Ich bin noch längst nicht fertig mit meiner Bestellung. Gut, was ist das denn? Also, ich hätte gerne noch diesen komischen Salat. Diesen weißen Salat. Ja. Und Maiskolben. Ich habe hier keine Maiskolben gesehen. Wir haben aber Maiskolben. Und Maiskolben haben Sie auch? Ja. Schade für Sie. So, jetzt ein bisschen Soße. Ist die Soße heiß? Ja. Also kann ich mich dran verbrennen, ja? Ja. Hier ist Ihr Kartoffelpuree. Dann ist hier noch Ihr weißer Salat. Und jetzt hole ich auch noch den. Wir haben Mais aller Größen. Welche Größe wollen Sie denn haben? Klein oder groß? Ich hätte gerne einen großen Maiskolben. Gut, gern. Hier ist Ihr Mais. Ja, das ist auch wirklich alles vegetarisch. Ja. 100% fleischfrei. Ja. Und die Mayonnaise? 100% ökologisch. Der Baum, woran die Mayonnaise wächst, steht auf einer großen, weiten Wiese. Okay. Dann nehme ich das. Und dann hätte ich gerne noch diese Hot Wings. Gut, gern. Wie viele? Sechs Stück reichen. Komm sofort. Wollen Sie auch noch Comments? Oh ja, gern. Können Sie mir das bitte zum Mitnehmen machen? Also alles in eine Schülle, bitte. Na klar. Bitte die Flügelstücke. Ich mag diese Beinstücke nicht so gerne. Die haben aber keine Flügelstücke. Tut mir leid, das kann ich leider nicht beeinflussen. Was können Sie denn beeinflussen? Alles außer das. Hier sind Ihre Sechstinchen. Hm. Und grau? Jetzt kommen auch noch Pommes. Ja. Uh. Hm. Ja, Pommes bitte. Sehen wir doch Flügelstücke drin? Ja, eins. Das war das letzte. Das war das letzte. Das war das letzte. Hier sind Ihre Pommes. Hm. Wollen Sie doch eine Soße haben? Äh, ja. Ich finde gerne eine süße, saure Soße, bitte. Ja. Bitteschön. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tja. Jetzt... Wie viel kostet das Ganze denn? Insgesamt kostet das 10 Euro. 10 Euro? Okay. Warten Sie kurz. Hier. Danke. Ich nehme noch... Wollt Sie eine Tüte zum Mitnehmen? Äh, nee. So, ich nehme das Tablett so. Ich esse hier im Restaurant. Dann. Okay. Bis. Vielen lieben Dank. Ja. Beenden Sie uns bald wieder. Ja, mal sehen, wie der Burger schmeckt. Was ist los, Elisa? Ich habe meinen Burger vergessen. Okay, was bedeutet das jetzt? Ich hätte gerne einen Hähnchen-Burger. Gut, kommt sofort. Mit einer extra Portion Salat. Aber ich möchte keinen Salat. Oh. Okay, dann ein Burger ohne Salat. Ich hätte gerne noch einen zu trinken. Was wollen Sie denn? Fanta. Okay, kommt sofort. Ich habe das Fleisch extra zerschnitten, damit es nicht zu viel wird. So. Jetzt kommt nur noch Mayonnaise drauf. Ich möchte Ketchup. Okay. Und hier? Oh, stimmt ja. Sie wollen ja keinen Salat. Keine Mayonnaise und keinen Salat. Das ist was Besonderes. Und jetzt kommt nur noch die obere Hälfte drauf. Dankeschön, aber ich möchte noch einen Keks. Okay. Möchtest du einen braunen Keks oder einen weißen Keks? Einen weißen Keks. Okay. Danke. Aber Elisa, erst aufessen. Dann darfst du einen Keks. Okay. Hey, wieso bist du nicht Burger? Wieso kriegst du das fest? Hier ist die Fanta und hier ist ein Strohhalm. Oh, ich sehe schon der größte Kunde, den ich hier kriegen werde. Ich habe Burger, Johan. Okay, was machen Sie denn? Ich habe Burger. Hier, Burger, Burger. Uh, Sie haben aber eine große Auswahl. Genau. Dann nehme ich doch direkt so ein richtig großes Menü. Okay, was möchten Sie denn? Das da. Oh. Das sieht lecker aus. Ein Wrap. Wrap? Kein Problem. Kommt sofort. Ich bin noch nicht fertig. Ja? Das reicht danach gar nicht. Ich habe ja großen Hunger. Ich hätte dann gerne noch Kartoffelpüree, Mais, Kursler. Das sind ja die besonders leckeren Sachen bei Ihnen. Oh, und die sehen auch lecker aus. Okay. Da kann ich mich noch nicht entscheiden. Das muss ich mir jetzt genauer angucken. Während Sie die anderen Sachen machen. Wrap kommt sofort. So. Jetzt brauche ich sehr, sehr viel Salat. Gut in einer Reihe tun. Jetzt kommen ein paar Tomaten rauf. Jetzt kommt Fleisch rauf. So. Zwei Filetstücke. Okay, jetzt kommt auch noch die Soße. So. Das ist jetzt der Wrap. Hier ist die Wrap. Bitte schön. Vielen Dank. Sie müssen den nochmal zusammenhalten. Ach, Sie wollten ja auch noch Kartoffelpüree. Das machen wir jetzt auch noch. Wollen Sie extra viel Soße? Extra. Okay, ja. Extra viel. Jetzt kommt die Soße. Die legendäre Soße. Noch ein bisschen? Gerne nochmal genauso viel. Okay. Danke schön. Hier ist die Gattapüree. Dann wollten Sie auch noch Pommes. Nein. Und den Salat. Ach doch. Genau. Pommes und den Salat. Das Menü und dann noch so ein paar Zusatzsachen. Ja. Jetzt kommen die Pommes. Oder kann ich anstatt den Pommes... Ja. Also kann ich anstatt den Pommes dann den Salat haben? Dann muss ich das ja nicht doppelt bezahlen, weil ich mag gar keine Pommes. Wie meinst du das? Also ich kaufe ja das Menü. Ja, genau. Und ich möchte jetzt nicht die Pommes. Sondern den hier. Genau. Gut, ich kann den ja auch machen. Dann muss ich den ja nicht bezahlen. Gut, dann kriegen Sie eben keine Pommes, sondern nur den Salat. Genau. Gut, dann ist das ja schon fertig eigentlich. Welches Getränk wollen Sie denn dazu haben? Aber Sie haben hier noch ganz viel vergessen. Oh, stimmt. Hier kommen ja noch. Was wollen Sie denn für welche? Können Sie mir die auch in Schaf geben? Gut. Wie viele von denen? So viele, wie ich gratis in diesem Menü bekomme. Okay, dann sechs Stück extra Schaf. Ha. Hier ist Ihr Fleisch. So, dann ist das Menü ja auch schon ganz, oder? Welches Getränk möchten Sie denn? Äh, Sprudelwasser. Ich trinke nur Sprudelwasser. Ach, okay. Ach, Sie wollen das ja mit dem Sprudelwasser. Ein Strohhalm. So, hier ist Ihr Menü. Dann fehlt noch mein Mais. Oh, stimmt. Ihr Mais. Wollen Sie einen großen oder einen kleinen? Einen kleinen, gerne. Gut. Hier ist Ihr Mais. Einmal Butter. Einmal Salz. So. Hunger. Hunger. Ich habe Hunger. Juhu. So, jetzt hätte ich gerne noch einen letzten Keks. Welchen könnt Ihr mir denn empfehlen? Einen hier bei mir. Ja, ich würde Ihnen den hier empfehlen. Ach. Was ist denn hier drin? Also das ist halt Schokolade mit weißer Schokolade. Fünf Schokolade mit Schokolade. Ja, dann nehme ich lieber einen Trocken-Ginni. Das sieht sehr lecker aus. Vielen Dank. Fantastisch. Ich helfe Ihnen. Oh. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.